kommen die 18er, die holen wir uns. Ne, der hat auch ab. Frage, wohin? Erke, die sind nach Schienz geflogen. Ne, sind die nicht. Da sind nur, oder? Doch, doch, doch. Bin daheim? Da sind zwei Flotten, die sollten schnell dahin. Also ich bin gerade rüber auf dem Weg nach deiner Hauptwelt. Jo, ich auch. Und ich hab direkt die 9000er Flott hier gekrallt. Ja, die ist sofort weg. Ja, frisst sie. Für den Blutgott, den es auch in diesem Universum geben darf. Das war's. Links ist noch ne... Der springt weg über das Warpgate. Nicht vergessen, die Warpdinger platz zu machen von denen, die jetzt überall drin sind, wenn sie welche gebaut haben. Ähm, Bellatrix ist auf jeden Fall eins. Habt ihr reinzufällig ein paar Mineralien übrig? Dann kann ich meine Flotte wieder aufbauen. Für wen? Ach ne, Moment, ich baue grad selbst Flotte. Also in Bellatrix dürften die jetzt hingehen, weil da ist nicht überhaupt Geld von denen. Construction complete. Wir springen da noch nicht gerade mal hin. Okay, wir sollten vor allem die unteren Planeten angreifen. Können wir die auch säubern. Orkern, Fung und so. Okay, wir springen da noch ein paar Mineralien, die wir jetzt schon gebrauchen werden. Und jetzt greifen wir koordiniert irgendeinen an. Wird erstmal die südlichen Gebiete angreifen. Ähm, die Planeten, die ihnen so viel Boni geben. Du meinst die Pizzaloiden GmbH da unten. Ja, da unten die beiden zu 100% rausnehmen. Und auch die drei Systeme, die ähm, ganz dicht daran sind von dem Turkisen, weil die bringen mega viel Boden los. Weißen Kettchen, das ist ich gerade wieder sammeln. Kingenswelten. Ja, über 20.000. Ja, über 20.000. Ich muss die Reifen von Süden aus an, weil je mehr wir im Süden einnehmen, desto weniger können wir uns von daraus angreifen. Durch den ihr Gebiet einmal fliegen. Aber ich versuche einfach mal so weit, wie ich komme. Naja, passt auf, dass du eine Flotte nicht verlierst. Ne, ich kann dir jetzt, ich kann dir, äh, Rettungssprung. Ja, aber der macht Schaden. Ja, aber ich komm halt weg. Oh, wie mein Ressourcenspeicher jetzt immer voll läuft, ey. Bei mir läuft der momentan ja auch leer. Ja, aber ich kann mir gerade eine Energie schicken, zufällig. Ja, ja, klar, ne, kann ich. Wäre jetzt nochmal. Immer toll. Kilra. Ich hätte vielleicht meine Flotte aufteilen sollen. Erstmal zurückschicken. Konstruktion complete. Danke. 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 Vergesst außerdem nicht die Trümmer die ihr von den Schiffen habt also sind wir momentan so in der Defensive oder was ist los nein also ich nehme gerade in Bellatrix die ganzen Dinger die ganzen Wormen Teil habe ich zerstört wir müssen halt von irgendwo her angreifen ich würde sagen wir freuen das von auf das habe ich befürchtet wir könnten natürlich auch eine Grenze reinziehen wenn du so möchtest einmal bitte angreifen da könnten wir sogar zwei Hauptwelten einnehmen und dann müssten wir dafür sorgen dass keine Flotte da durchkommt ich muss jetzt erstmal eine ganze Ecke springen ich muss jetzt mal zwei ich muss jetzt mal die Flotte zu machen ich muss jetzt mal die Flotte Wie deckt das jetzt eigentlich? Wegen Keiter. Das ist einer unserer Feinde, oder? Lass ihn da rausschmeißen. Keine Ahnung, ob der Feind von uns ist. Ja, das ist derjenige, der das Turkise anführt. Der nicht das Turkise, sondern die Nation of Nekomi. Gern. Ups, da da. Mach den Kampf von eben nochmal, ich hab's nicht gesehen. Im Optimalfall machen wir das sogar. Ich will eher der schlechteste Fall. Also ich verlier grad meine Probleme, ich glaubte. Wo? Was? Warum sagst du denn nix? Ja, warum sagst du denn nix? Weil die mit ihrem Scheißwurmlöchern direkt auf mich gespawnt sind. Scheiße. Ich will nicht mehr rechtzeitig wegkommen. Detental. Aber du siehst doch, wenn die sich öffnen. Ja, wenn er aber grad nicht rauf geguckt hat. Aber das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Hast du dir noch nicht in Schitts gelassen? In Schitts gelassen. Kannst du sonst weiter in Horn deine Flotte neu aufbauen? Weil wenn du hier unten. Du brauchst die ganze Zeit angegriffen werden. Irgendwie zentral. In der schlimmsten Fall musst du da einen Planeten aus dem Sektor rausnehmen. Und da dann alles versuchen. Was? 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 Guck mal ne Flotte weiter aus. Construction complete. Construction complete. ok, mein Warp wird in Detenal angegriffen ja, da haben die eine 30.000 Flotte 30.000 Flotte doch nicht schlimm oh, noch 2 Minuten oh, was für ein doofer Sprung jetzt werden wir in den Transporter von der Sphäre angegriffen kommt zurück danke, geht doch Alter, warum? also, wie mich das anquatscht wo ist unser Flotten Operationspunkt wir müssen irgendeine Basis aufbauen also ich bin gerade in Ferragon, weil ich da 20% äh, 40% Reduzierung für aber das ist mitten in meinem Gebiet also von daher die Sache ist, dass ich mein Netzwerk gerade ein bisschen ja, ich muss gerade mein Netzwerk ein bisschen aufbauen Entschuldigung, dass diese ganzen fucking oh, Konstruktionschefe alle irgendwie nicht in meinem Besitz sind wie nicht in deinem Besitz? ja, keine Ahnung die sind immer von irgendwelchen Fraktionen oder so'n Scheiß Sascha hostile fleet engaged Ich muss mir irgendwie einen Flottenhafen aufbauen. Wollen wir uns Rampston zu unserem Hafen machen? Leute? Welches? Rampston? Rampston, das ist direkt an der Grenze im Süden. Ja, können wir machen. Und von dort aus können wir dann halt irgendwie, wenn wir es noch befestigen, würde ich halt noch ein paar Festungen befestigen. Ah, ich habe keine guten Mini-Chef. Moinsen. Moinsen. Hallo. Wir haben eine kleine Anfrage an dich. Der Teil, der dir von Blob da oben gegeben wurde, ob wir den wieder haben könnten? Ein bisschen spät. Ja, Fragen kostet ja nichts. Wir mussten uns erstmal orientieren, ob wir jetzt noch weitermachen oder nicht. Wir würden dich dann auch unterstützen. Ach, ihr würdet dem Krieg helfen. Ich kann den nicht mehr rausgeben, weil ich brauche die Stationen, die da drauf sind. Für meine Flotte. Sonst bin ich jetzt schon im Negativen dann. Wir brauchen ja nicht alles, sondern nur so einen kleinen Teil. Was braucht ihr denn? Macht mal eine Anfrage gleich, dann gucke ich mir das eben an. Okay. Dann schauen wir mal. Ja. Da Systeme transferieren. Ah, das ist... Na, wir reden mal wieder hochgehen, Philipp. Jo. Ja, wir sind leider gerade im Krieg. Wie bitte? Wir sind leider gerade im Krieg. Ja. Deshalb ist gerade auch schlecht. Beste ist immer noch. Das ist alles nur, weil sie kurz denutigen waren. Das ist immer noch der bescheuerte Kriegs. Danke. Ja. Das ist immer noch der hassle. Sonst Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Ich weiß mich in Roms auf, okay? Mhm. Ich kann mit Energiequellen zusammen. Situation log updated. Übrigens das, äh, hier. Das gefallene Reich im Osten hat mich grad beleidigt. Das können wir auch an sich schon beenden, den Krieg mit denen. Incoming transmission. Also das ist die einzige Forderung. Incoming transmission. Also ich hab dir die Frage geschickt. Äh, lass mich mal eben gucken. Brisch, brisch, brisch. Das sind die ganz oben rechts, äh, einfach nur damit wir dann das, äh, Fuzzplop Dominion noch komplett übernehmen können. Jojo. Super, vielen Dank. Kein Ding. Kein Ding. Ich hoffe, du liest dir das nochmal durch. Ich hoffe, du liest dir das nochmal durch. Oh. Oh. Ja. Da ist nicht so ein großer Verlust. Das ist okay. Äh, ich bin auch. Construction complete. Sollten wir noch einen letzten Angriff starten. Sollten wir noch einen letzten Angriff starten. Seid ihr jetzt? Hören wir jetzt gleich auf? Ja, im Moment sagt ja noch keiner, dass wir aufhören. Construction complete. Construction complete. Ja, ähm, Fraktionsführer. Wer ist das? Im Moment, ähm, immer toll. Könntest du noch einmal schnell der... ...Dingens hier hinten, den wir im Krieg erklären? Mit Dingens. Und dem gefallenen Imperium. Und mir das geben würde, ich hätte gerne den Beacon of Stability. Warte, 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 warte. Ähm, hinten rechts, ganz hinten. Da möchte ich einmal alleine... Was mit den Beacons, oder was? Da würde ich das einmal schnell einnehmen. Und ich hätte euch gerne... Dann habe ich die nötige, ähm... Geht nicht. Geht das nicht. Geht das nicht. Friedensabkommen? Ach, warte. Ähm... Willst du den... ...Wird? In der Lage? Krieg ist vorbei. Hä, warum ist der Krieg vorbei? Die haben weißes... Die haben weißen Frieden gegeben. Wir können das nicht ablehnen. Willst du den befreien oder abtreten? Äh... Ich möchte den gerne bekommen. Also abtreten. Kann nur der sein, ne? Kann ja noch mal ein Warp benutzt. Nee, im Moment nicht. Warp ruhig? Du hast, ich hab Warp. Du hast Warp. Du hast Warp? Ich hab Warp. Du hast Warp. Du warst Warp. Du warst, war ich auch so langsam und konnte nicht mehr fliegen. Achso, das Ding ist das nochmal. Jaja, mach mal eben platt. Wenn wir jetzt hier schon rumgammeln, dann können wir dem ehemaligen Basalen vielleicht wieder Krieg erklären. Hast du denn davon noch nicht alles eingenommen? Ich hab den Krieg vorhin zum Wohle alle abgebrochen. Und hab weißen Frieden mit dem gehabt. Die KI hat jetzt alles erobert. Die KI hat jetzt alles erobert und ihr habt keine Chance mehr. Nee, wir warten momentan noch auf die ähm... schlimme Katastrophe. Ich glaub, alle Katastrophen haben Angst vor uns schon. Da kommt nix mehr. Kommen wir erst um 2350. Ach 2300. Können wir auch auf ganz schnell stellen. Ja ne, dann kommt mein Rechner glaub ich irgendwie... Die kommen eh nicht nach. Auch jetzt wird ja schon reduziert vom Tempo. Dann wird es auch nicht nach Hause geben. Wir werden jetzt schon die Grenze geben. Dann werden wir, dann gehen wir Hudgen auf. Das war gar nicht nicht im RatsSD-K! Dann muss ich noch nicht ins Überraschung. Dann kommt趁 Ich habe ihn mit ihm geholfen. Oh, mir fällt das jetzt auf, dass ich jetzt erst jemand noch nur den zweiten Antrieb habe. Langsam. Oh. 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 Oh.